Und aus dem Himmel regnete es Raketen, und die Erde verbrannte zu Asche, und das Meer kochte, und Menschen verwandelten sich in Schatten. Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten, selbst vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein, aus Überzeugung oder Angst. Werden wir nicht wanken, stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen! Lass uns aufbrechen, Atiom. Musik 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 Die Brücke werden trotzdem überqueren, egal was diese Fanatiker denken. Die Brücke werden mit den Schrauben gesucht. Und wenn die Ketzer uns das Leben nehmen wollen, werden wir nicht banken. Du nervt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Artyom, spring! Ja, und dann sehen wir uns das.